Du kannst aufgeben. Nee. Die letzte Auseinandersetzung war so in der NFL, im Locker Room. Ja? Ja. Auf eigenem Team? Ja. Echt? Ja. Und warum? Was war da? Du musst dir so vorstellen, dass es da natürlich um Existenzen geht. Wenn du dich nur damit identifizierst, dass du diesen Sport machst, das hört irgendwann sehr abrupt auf. Besonders im Profisport. Ob sie jetzt UFC ist, NFL, NBA, Fußball, Bundesliga, das könnte so gehen.